So und wir sind wieder zurück Hallo und herzlich willkommen mit uns zurück zu Let's Play Hey Borderlands Hey Borderlands, mein Lieblings Borderlands Der Mann ist ein Psychopath, mit dem kann ich keinen Frauentausch machen Oh schau, ist er wieder hier? Hallo es Nimon Der ist unberechenbar NEIN HALSIAH Wieso sind wir eigentlich wieder hier? Na die gestorben sind Ach die Gegner sind neu gespawnt, ja ok Ne die Gegner sind instant durchgehend weitergespawnt Wo ihr einfach weggegangen seid Ehhh Ja Claudio und ich, wir haben alles gegeben Aber ihr habt alles genommen Naja, ich hab, ich hab, eh wieso Ich hab gesagt, wir können Komitee umbringen lassen Wenn sie... Zum Teufel, bitte Aber wir haben doch hier die Abkürzung Warum gehen wir denn da nicht lang Aber wirklich, hab ich nicht gesehen, ist mir egal Ja hier war nur Gegend, wir sind nur für den Gegner Aber wir haben Polini in die Fresse Wir haben noch extra unsere DAX als Abkürzung freigeschalten Wir hab' ich freigeschalten Oh Oh Oh, was ist dies? Das ist eine Mana-Fee Ah, das ist klar auch dort in der Gegend Das ist schon Aua, das sagt weh Muss wir ihn jetzt mal kurz umdrehen Oh hier stimmt, schau dir das an Das ist eine krasse Rätsel Das ist eine krasse Rätsel Eher eine krasse Parkour-Passage, oder? Oh mein Gott Ja, Mann Okay Was soll die Scheiße Was habt ihr gegen mich? Oh shit, oh shit Oh shit Oh shit Ich bin zu kompliziert Unheiliger Totenbeschwörer Aber wir haben ein neues Leichtsfeuer gefunden, das ist gut Los Du bist ne geile Maschine Wo seid ihr denn? Bin ich hier der einzige der noch kämpft? Ja, wir wollten das doch überspringen Verzeihung Das ist mir entgangen Warum? Am am Arsch Am am Arsch Am Arsch Dann komm ich mal Blitzschlaa Sind wir echt zu doof das zu machen? Ahhhh Vielleicht Verfolgt Kann doch nicht sein jetzt Du hast ne dämliche Visage Bist immer nur Hahahaha Wohl, okay Jujo Ah, Mann Au Hab ich's ausgestellt? Aaaaah Naja, ich hab's ausgestellt Ihr könnt jetzt durch Ich bin trotzdem noch gestorben Ja Das ist traurig Naja Okay Grimstone Das macht Deutsch geräusch Heich C-Cepalcha C-Palcha Oder S-Palcha Ich weiss es nicht Pautcha Oh mein Gott Nein mein Loot Es war eine Falle Tötet sie Daniel, du hast das wiese Arsch du Zahle in deine Falle geleitet Blitzschlaag Alle Nein, jemand hat mir meinen Kill geklaut. Blitzschlag. Geil. Uh, was bist du denn? Aua. Blitzschlag. Gibt's auch einen Feuerball oder so? So, das wär auch cool. Feuerball ist ja eigentlich der Klassiker. Ah. Yes. Blitzschlag. Aua. Jujo. Alles gut. Das sieht aber nicht damit aus, als ob alles gut wäre. Oh, nein, meine Anarchie-Packen. Die sind weg. Nein, meine Anarchie-Packen nicht mehr. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr, was ich kaputt gemacht. Nein. Oh mein Gott, ich lebe. Ich versuch's. Du bist zum Zingeln von Skeletten. Tada. Ah, fuck. Ich seh auch nichts mehr. Ist hier noch irgendwo was um mich herum. Ah. Ah. Ja. Ich seh nichts. Ich will nicht sterben. Ah. Ja. Ah. 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 Achtung, troll fort hinter die Ahnung. Bitch. Ich hab dich. Ah. Ah. Ich hab mir alles gegeben, aber ich bin gestorben. Hm. Ohh. Halten wir den unaufhaltsamen Skeletaurus auf. Was? Nein. Was ich mich mal aus? Ja. Das Knacken mit dem Packen. Das Knacken mit dem Packen. Okay. Es wird nämlich noch Supermäßiger. Oh mein Gott. Ich hab hier 31. Anarchie-Packen. Ich hab hier ein Totbeschwerer. Ich bin sieblich. Oh mein Gott. Äh. Oh mein Gott. der macht die Granate aus Borderlands 3 Superbadass totbeschwörer nein meine Anarchie packen das macht ja noch gar keinen Schaden die Inspiration für die Granaten hat der Unheilige geht ja noch, aber der Superbadass da warne nein ich bin gefesselt und gefangen bei mir oder warum bei mir oh Gott was nein 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 oh ja ich has das wenn das Spiel das tut warum tut es das warum tut es was eh dass ich andere Leute schlage aus unserer Gruppe und die zu einem Duell herausfordere oh da ist der Superbadass totenbeschwörer da ist er ja hat mich ganz schön sauer gemacht ich werde sterben hallo ja ich bin ja schon hier grünes Loot ich brauchte nur die Heilung schnauze ich hin schnauze ich hin schnauze ich hin schnauze ich hin du nervst mich stürt doch einfach ja Ballern alle 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 gut erfahrungspunkte gegeben eine eine bessere Dings nur ein Würfel okay ah ne 14 das ist gut ja na die die Kanonen ist ganz eh eh überstreuen sie euch dreckiger Plaster klappt mir meine Waffen wisst du was ich dazu sage knallf aus schnauze wieder den geboren gemacht er legt sie am bohren willst du was ich dazu sage warte willst du was ich dazu sage nee die die brauche ich nicht ich bin noch keiner das kann der andere bohren niemand gibt eine antwort auf Fats ist reagiert er hat doch nichts gesagt nee weil ich nämlich auf das warte das ich eigentlich haben will warte was nebt es nur kommt wenn Gegner da sind es kommt doch so warte willst du das jetzt oder nicht was denn hier da unten die Fats kann achso du hast sie rausgeworfen na ich hab sie ja er hat's gemacht aber ich nehm sie gerne mir ist das scheiße ich wollte nur vergleichen ob die jetzt besser ist als meine oh die ist deutlich besser als meine ich dann nehm ich sie oh nein das ist ein Faller Magier oh ja die macht gut schaden oh ihr könnt uns das auch nicht mehr aufhalten ihr blöden Hexer ach schon wieder ein super Beilers sehr gut oh mein Gott Feuer Magier ich hoffe dich du super Beilerschelter oh ne alles super gleich du musst mich überserken oh ne er ist tot ja scheiße ich habe dich er ist zu stark der super Bad das Feuer Magier ist zu stark ahhh garbisch garbisch er ist einfach zu stark ich lebe ich lebe sorry ich bin der einzige der lebt am Wattekrieg wie ist das Claudio ganz bestimmt oh Gott mir hat's erwischt immer Honey die Pech immer Honey die immer Honey die Honey ich höre das Schatz NEIN Juju ich muss den Heronen Hexer anbringen NEIN NEIN Faszchenepäde Sprengung oh mein Gott ich bin weit hinten gespawnt ah ah er hat mich gesteppt gestorben geil Angst Präzisionswaffen ich komme Scheißdreck meine Präzisionswaffen haben nicht funktioniert aber er sieht sich auch so präzise na recht mal ah tot ist er blitzschlag 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 ja man hier ist ein blitzschlag hier liegt ein blitzschlag hier liegt ein blitzschlag oh der ist besser als meine nice vielleicht wollen ja auch die anderen Herrschaften mal einen blitzschlag machen M-ich hab mal einen gefunden ich hab mal einen gefunden necht auch mal einen echt Warte 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 juju hast du noch einen oder was ich ja ich hab mal einen gefunden ich hätte ansonsten noch halt meinen anderen ja wir, ich möchte ja einen eine blaue gefunden der steht zwar äähh blitzschlag der andere hast du den Kettenpitz aber den andere hast du den Kettenpitz aber ich hätte bei mir ja auch noch einen ok wenn du Claudio eingeben wirst estátil ja da ist er er gehört jetzt zu mir das ausrüsten so wo geht's lang da geht's lang so okay jetzt kannst du mal ausprobieren Blitzschlag Blitzschlag das gefällt mir Blitzschlag 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 aber wohl ange- ey ey ab im Süden der Sonne hinterher ey aber ist okay ja man wir kommen wir müssen wir zuerst noch wieder Sachen wieder überleben bevor wir zu dir kommen ein das ist das ist so so das war auch ne was ist hat er dir was mitgenommen so ein bisschen na der kommt ja von hinten was soll dies denn wo aaaah Tringo Pongomena der Bogenschützer hat mich gebogen schützt warum macht er das guys werfe Knallfrosch Sacramento ja Granate Ah Zero hört sich manchmal komisch an Das ist jetzt aufgefallen Achso, ach Was wär hört sich manchmal komisch an Zero Ja Bei bösen Sachen hat er eine andere Stimmenleihe So wie jetzt für eine Granate so Hier Granaten Na ja Okay Okay Die eine Variante von Zira war einfach so Ruhig Aber vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass er ein Mensch sein könnte Bin ich sicher Ah Ah Ich hab die Würfel geworfen Ah Das find ich aber nicht so nett Letzschla Hilfe Ah Was hat der Typ gesagt? Ich bin mir das sicher Irgendwo ist gar nichts drin Nein Wir werden alle sterben Ja werden wir Das find ich nicht nett Nein nicht töten Wer hat mir meinen Kill geklaut Ihr Bitches Nein du willst nicht sterben Ach der andere ist schon tot Nein Ah Ich werde sterben Ihr habt mich verrecken lassen Ihr habt mich verrecken lassen Du gehörst auch verreckt Du gehörst auch verreckt Ich meine deine Mutter gehört auch verrecken Nee warte Zeit für Roboter Action Zeit für Roboter Action Es ist Zeit für Roboter Action Es ist Zeit für Roboter Action Oh Gott ich dachte das ist schon eine Mimic Oh nein Ich respawne heute nicht Ja man Ah Ah Na schießen Ok Ich wollte doch nur gucken was das ist Es ist eine interessante Stadt kam von Hyperion Oua Letzschla Das sind, das sind, äh, Grasmubs für dich, im Körper. Ja, ich seh gerade, ich bin, ich... Au, ich bin tot. Ich versuch sie mir gerade anzugucken. Äh, Ladegespündigkeit. Au, au. Au. Ich bin ein neutraler, guter Schurke. Äh, ich komme. Bingo Botto, Mann. Help me. Ich hab da nur meine Grasmubs... Ich hab doch gerade gesehen, ich hab gerade erst gesehen, dass... Ich hab schon dreimal gesagt, aber ich bin ja zu klein. Ihr seid alles wohl Rassisten. Tut mir leid, vielleicht hättest du ein bisschen wachsen, damit deine, deine, deine Lungenkapazität ein bisschen größer ist, weil man dich auch mal versteht, bist du leise. Scheiß Super-Badass-Skelett, ey. Ich hatte so viel Geld gemacht, von jetzt bin ich praktisch pleite. Längst eurem Dreck hier. Cheat ihr halt, neues. Ich bin immer pleite. Nein. Alle sterben. Alle hättelosen Ding. Ja, Mann. Ne, jetzt ist es schon wieder weg. Oh Gott, Alter. Ey, mein Auge steht hier. Ich will nicht sterben. Nein. Und da habe ich die Filme, die mich jetzt in defekt. Ah. Keine Angst, Jungs. Ich bin fast da. Ich helfe euch. Okay. Ich möchte... Ich habe einem ein Skin verdient, okay. Und... ... also zwei? Ja! Ah, Scheiß Super-Badass-Skelett, das kann ja Augenlaser. Dumme Bitch. Nein man, kanns nicht! Kanns Wohle! Aua! Wo ist er? Kommst jetzt her! Okay! Er ist ja noch ein super better skelettchen Wesen, hab ich das gedacht... Oh ne! Ja, zwei! Mal ist kaputt mit Blitzschlaf! Eier! Blitzschlaf! Ja! Ja und das erste Gesetz! Das ist doch uncool von ihm! Was haben wir jetzt gerade wehgetan? Wo ist die Skelett beschwerer Bitch? Scheint gut zu sein nämlich Ach die Scheiß will schwören Wo ist er? Weiß ich nicht, der... Der... Gibt Schritte vor die Nase! Da fliegst du Pitta! Auf die Straße! Klassenmod neutraler, guter Totenbeschwörer Jetzt hab ich dich endlich Gucken wir mal was hier ist Noch eins Oh guck dir! Das ist meiner ab sofort War ein hübscher Das ist von ihm ja Ah! Wo seid ihr? Da! Ah Gottverdammt, die sind so nervig Das ist noch ein Typ, oder? Ja Wo steckst du? Seht ihr, darum sollte man sich vor einem Mord nie besaufen Ich weiß noch, ich hab sein Haus abgefackelt Aber ich kann mich ums Verrecken nicht mehr erinnern Ob ich ihn vorher drin eingesperrt hatte oder nicht Sowas macht echt! Hey, geht's weiter Oh mein Gott, ich hab nen neuen Raketenwerfer Schießt ihr Raketen? Ja Ich wurde grad hier gewone-schottet von dem, was? Wo hast du das jetzt gerade passiert? Ich einig, der Skelettkrieger hat mich grad hier gewone-schottet irgendwie Und zwar Skelettkrieger! Du hast gedacht, dass ich meine Granate in meine Richtung geworfen habe Ich bin grad... Ich wüsste nicht, wieso Wo ist das... Wo ist das... Wo ist das das Ding vom Kettenblitz oder vom Blitzschlag? Ja... Ich dachte ich wäre schuld gewesen, dass sie jetzt grade... Ich bin ja nicht... Aber ich bin ja nicht Kree, oder? Aber... Nein, eigentlich nicht! Aber ich weiß, wüsste du geskillt hast Hier gibt's sowas nicht Was seh ich das denn? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Du bist doch Blitzschlag gefordert! Du hast mich rausgefordert! Blitzschlag! Es sei aus Versehen, ich hab da nur ein Skelett geschlagen Aber nee, du hast wieder mal aggressiv sein müssen! Blitzschlag! 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 Hey Leute, guckt mal wer wieder da ist! Wer ist denn wieder da? Ja... So... Was wurde hier ausgefahren? Was? Wer? Was kann ich denn? Seit wann kann ich das denn? Was denn? Hä? Ach stimmt, ich hab das ja geskillt! Oh ja, ich kann das jetzt! Ein Nahkampfangriff oder was? Ja! Hä? Oh, das sieht so hübsch aus! Oh, das ist ein spezieller Nahkampfangriff! Das ist ein spezieller! Okay! Na komm her, ich will mal sehen, wie viel Schaden der macht! Die Herausforderung ist nicht länger kürzig, tut mir leid! You lost! Okay, wie du nicht so oft gehst! Blitzschlag! Ja, geh mir von hier oben weiter! Ich will einen Blitzschlag! Oh nee! Patze, komm her! Wir müssen zuerst rundum laufen gehen! Was? Was? Blitzschlag, Beth! Geh! Äh, was passiert? Oh Gott! Ohhhh! Wusste ich's doch! Das ist leider nicht mit der Axt, was du siehst! Aber klar, wir müssen uns jetzt wieder auf die Gegner konzentrieren! Ah! Aua! Ich hätte gerne eine Ausweichrolle gemacht, aber... Verdammt! Hä? Was? Mit dem Geballerhaukel! Bannerhaukel! Wo ist jetzt meine Waffe hin?